ja ich habe es geschafft ich mache heute einen schönen ausflug in einen ort in dem es noch insekten gibt und ich habe auch schon was gekauft hier gibt es nämlich auch rewe mit tiefen preisen angeblich kakao zwiebelschmalz habe ich endlich wieder und naturautos lippische was auch immer das sein soll gibt es hier alles toll und eine kirche die noch im dorf gelassen wurde und bänke bänke gibt es ja auch das ist auch toll ja was mache ich hier weiß ich auch nicht hier sein einfach so